Die Ausbildung ist von hier aus weiter betrieben und dann ist es zu Ende, dann wurde hier keine See mehr ausgebildet. Das geschieht auf allen Wegen, jetzt das Schiff und von der Stadt übernommen, damals auch noch zum symbolischen Preis. Von einem Mark im Schorncenter, die Farbe der Stadrosso, blau und weiß und rot.